Sechs, fünf, vier. Vorsicht auf der Anhöhe, Vorsicht auf der Anhöhe. Jungs, ihr gewinnt das Rennen nicht in der ersten Runde, das funktioniert nicht. Und Vorsicht hinter dem Doppel nach der Abfahrt. So, am besten weggekommen ist hier der Elias Reise, Frau Janne Grieger, Mike Ratsch, Jonas Bauer, Kim Einert, Leon Wischniewski. So, immer noch auf eins der Elias Reise, Frau Janne Grieger, Kim Einert, Jonas Bauer, Mike Ratsch, Lennart Skornja. Und wir haben noch 8 Minuten 40 zu fahren. Und wir haben noch 8 Minuten. So, jetzt hat Janne Grieger die Führung übernommen, das ist das Fahrzeug mit der Startnummer 2. Elias Reise mit der Startnummer 1 ist jetzt auf dem zweiten Platz. Die beiden gerade über die Zählschleife gefahren mit einem Abstand von 1,3 Sekunden. Vorsicht auf der Auffahrt, Vorsicht auf der Anhöer, die Strecke ist wieder frei. Helfer 7, machst du mal einen Schalter da aus? Danke. Bringst du mir nachher mit rüber? So, auf der 1 der Janne Grieger, 2 Jonas Bauer, 3 Egers, 4 Mark Langner, 5 die Kim, 6 Marcel Schmidt, 7 Frank Grieger. Auf der 8 der Leon, auf der 9, Magrarch, auf der 10, Domoni, Damanio, Muscala. Der Leon auf der 11, um meine Wenigkeit ausgefallen. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Bua, kannst du noch mal in die Zeitnahme kommen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.